Sehr geehrte Zuhörerinnen, sehr geehrte Zuhörer und herzlich willkommen zu dieser neuen Sendung vom neuen Radio Baronien. Ich bin der Moderator Franco Meier und ich begrüße Sie wie immer herzlich zur Sendung. Wie immer zuerst die wöchentlichen Nachrichten. Montag. Am Montag bekam die 8a ihre erste Biologie-Schularbeit zurück und sie fiel mit einem mittelmäßigen Ergebnis aus. Es gab einige bzw. viele Einser, aber auch einige Vierer und Fünfer. Mittelmäßige Noten wie Dreier gab es fast keine. In Österreich gab es 1.459.306 Fälle Covid-19. Ein Anstieg von 15.717. Entschuldigung. Und 141.348 aktive Fälle. Dienstag. Am Dienstag fiel zum ersten Mal seit Langem wieder mal das Turnen aus. Daher konnte es auch keine Abwesenheiten geben, wie es bisher immer der Fall war. In Österreich gab es 1.475.991 Fälle Covid-19. Ein Anstieg von 16.685 und 147.920 aktive Fälle. Mittwoch. Am Mittwoch fand der zweite Chemie-Test der Schullehrers für die 8a statt. Dieses Mal wird er aber gewertet werden, anders als der erste Chemie-Test. Wie er ausgefallen ist, ist uns noch nicht bekannt. In Österreich gab es 1.503.668 Fälle Covid-19. Ein Anstieg von 27.677 seit dem Dienstag und 161.372 aktive Fälle. Donnerstag. Am Donnerstag fand die gleich nächste Wiederholung bzw. der nächste Test statt und zwar in PUP. Diese Wiederholung war auch wie jede andere PUP-Wiederholung zuvor, dass man sehr viel interpretieren hat müssen und dass man die gesamte Stunde Zeit hatte. Und in Österreich wurden keine neuen Zahlen offiziell gemeldet. Am Freitag wurde die 500. Ausgabe der Varonia Today veröffentlicht. Damit ist die Varonia Today nun schon seit über drei Jahren als Zeitung in Varonien veröffentlicht worden. Für die 500. Ausgabe gab es einige spezielle Spezialitäten, wie zum Beispiel fünf Artikel, 50 Witze, 50 Fragen beim Kreuzfahrtetzel, ein Suchsel und ein Fehlersuchbild. Und des Weiteren wurden in Österreich auch wieder keine neuen Zahlen gemeldet. Damit kommen wir gleich zu meiner Liederwahl für heute und das ist dieses Mal das Lied Hotel California, welches wir wieder abspielen werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir warten auf die erste gezogene Zahl oder die ersten beiden gezogenen Zahlen. Die erste Zahl ist die 35. Darauf folgt die 37. Dritte Zahl. Siebenundzwanzig. Vierte. Doppelziehung. Doppelziehung. 13, 27, 37 und 35. Wenn sie gewonnen haben, dann natürlich herzlichen Glückwunsch. Und damit gehen wir nun zurück zu unserer Hauptsendung und kommen zu den Baronischen Wochencharts. Und beginnen mit dem Platz 4 und das ist Visions and Afterthoughts von Redbox, welches wir abspielen werden. Doppelziehung. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Now you know where the rust begins 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 Why talk about it Why walk around it Just step inside until it's all said and done I know I'm on the outside Wherever I go It's gone beyond the landslide But rather to go home Go home Nice to meet you Nice to leave you Thanks for the memories And thanks for the love There's an answer Out on the highway Looks to me like I should be only one My hopes, my soul My dark side Trying to explode Avoid a home Pull the landmines Everyone knows They do I know I know it's all Untertitelung des ZDF, 2020 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 Entschuldigung für das am Ende. Und das waren die bayeronischen Wochencharts. Zuletzt kommen wir noch zum Wetter. Heute gibt es eine geringe Temperaturschwankung zwischen 1 Grad Celsius und bis zu 2 Grad Celsius. Dabei kann es regnen, teilweise auch Schneeregen oder alleiniger Schnee. Und das war es auch schon wieder für die Sendung für heute. Wir hoffen wie immer, dass sie Ihnen gefallen hat. Wir hoffen natürlich, dass Sie auch das nächste Mal wieder einschalten, wenn wir auf Sendung gehen.